ja wie versprochen direkt nächste folge geht weiter gleiches spiel angreifen jetzt hallo schröbi ist richtig hart ist jetzt los von wo würde ich den jetzt erschossen flankierungsmaßnahmen angreifen müssen angreifen werde mich aber weiter hinten postieren blutig müssen wir uns rechnen blutig verlässt sich irgendwann das ist nicht gut und zwei getötet und kommt dritter kommt zeigt ich halt ich hatte es hat auch mal wieder zwei holt ja wir werden bei positiv leute werden wir werden bei positiver schon aussieht halt mir jetzt einfach so rin hier einfach mal hier muss eingreifen bewegen bin mg schütze man das ist ja gut was recht alt war von da hinten wieder hier der koffer der nicht einer aus lois rübi hochschüttel sind dabei so jetzt wenn es jetzt mal kurz die andere war verhandelt es war falsch bloß nicht Ich geb mir Mühe. Ich muss ihn doch wegmachen. Also Y ist ja wirklich der schlimmste Knopf zum Schreiben. Hier ist er doch. Ja, wie doch? Wie kann denn das sein? Tot und Teufel. Guck mal, was er hier wegrotzt, Alter. Ich kann jetzt grad nicht gucken. Hängt schon wieder am Stachel dran. Tot und Teufel. 26 zu 2, komm. Ja, gut. Wenn er gut ist. Ja, vielleicht hat er ja einen guten Punkt erwischt. Ja, klar. Richtig. Selbstverständlich. Kann ja sein. Na ja, klar. Kann jetzt alles sein. Schon immer ein Dutel im Menschen globen, wa? Ah, ich hab mir sehen. Komm, 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 komm. Zeig dich nochmal. Na komm, zeig dich nochmal. Was macht der denn da? Etwa wurde tödlich verwundet durch Stacheldraht. Er fährt jetzt bei uns. Ist er schon wieder? Hä? Stacheldraht gelaufen? Alpha, ja. Ach, starb. Ach, Alpha. Ich, ich. Ich dachte, du. Ich bin nur noch selten. Boah, da mich denn jetzt... Wir sind immer noch am Einhalten, ne? Wir müssen das ja jetzt... Ja, ja, wir müssten eigentlich immer noch was tun. Ich glaube, mein MG in Tot und Pferd. Schön unten runter. Ja, hab ich. Upa. Läuft. Passt, da ist er. Da ist er, da ist er. Da muss er zeigen. Das waren zwei Kills. Okay. Weitere Kills. Ich bin schon verloren. Zwei Kills. Das war harter Leck und ich bin tot. Sie haben Selbstmord begonnen. Ist aber nicht schlimm. Also ich habe mal jetzt zehn Abschüsse. Super. Das ist aber gut. Da, Mann. Ja. Komm, Schrober. Hier, da. Was ist er wohl denn? Oh, nee. Alles gut. Hey, welche von uns? So. Direkt hinter dir eingestiegen. Ingestusselt. Ich bin bei Bobo. DJ? Beides Zeichens. Dahinten ist gerade innerlang gerannt. Nach rechts. Hä? War der von uns? Quatsch. Quatsch. Warum ist hier keine Ahmörser? Warum ist hier keine Ahmörser? Ich frage nochmal. Das ist doch auch nicht. Ich bin ja tot, bestimmt. Ich bin Mörserschuss. War nett, um aufzupfällen. Tatsächlich. Wer hat mich jetzt gekriegt? Alpha hat mich mit der FK96NR... Warte, womit hat der mich jetzt hier holt? Mit der Luger. Na klar. Wie zum Teufel? Also Leute, wenn ihr da Ahnung habt von dem Spiel... Sagt uns mal, wie man den Mörser bedient, bitte. Da werden wir jetzt echt von Lügen dazu wissen. Oh, eins, zwei, drei und los. Und wieder runter. Von hier sehe ich. Und los. Und Granate. Auf, lauf, 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 lauf. Ach, schweig gehabt. So. Oh. Irgendwo getrennt. So, feige Sau. Bin irgendwo getrennt? Alles gut, bei dir? Nee, nee, ja, ja. Alles gut. Nee, nee, ja, ja. Ist auch immer gut. Nee, 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 ja. Alles gut. Mist. Nee, wenn du nicht schnell hier noch bist, ne? Kannst du das echt vergessen. Oh, die Fleischhunds sind gerade aufgestiegen. Rang sieben jetzt. Rang sieben? Oh, da ist Schammer. Wo ist er? Da ist er. Erinnert von uns. Ja, ja. Das ist der Leben. Er hatte schon fast ein Loch im Rücken. Er hat gezockt. Er hat gezockt. Ist du bei mir? Ja. Ja. Bin hinter dir, ja. Brauche ich da eigentlich jemanden, der mich... Was denn? Bin hinter dir. Ähm. Ja? Vielleicht ein bisschen deckt, sozusagen. Wenn ich mein MG hier aufstelle... Richtig, von der Seite könnte ich sie alle holen. Müsste aber von hinten gedeckt werden. Die von hinten. Also nur jetzt... Nur jetzt hinten, oder? Genau. Okay. Okay. Rechts ist Bobo. Ich bin links. Ne, links. Bobo ist links. Ich bin rechts rum. Kommt ihr. Gut schon. Gut mir den hier fallen. Wir müssen eigentlich noch weiter links verteidigen. Noch weiter? Aber... Ne, ne. Allt gut. Sicher? Dann müssen wir da. Was passiert, du? Okay, angreifen wieder. Angreifen? Ja, das ist ja zu dem Punkt. Position des Feindes sofort angreifen. Los jetzt. Sofort. Reif ich diese Position an. Kann ich eigentlich einfach... Ja, kann ich. Alles klar. Jetzt nochmal testweise. Mal rinnen ins Seentümmel. Da hängt irgendwo einer. Schön. Fleisch haben wir, holt ihn. Hinten ist noch einer. Da ist noch einer. Mach mal, den krieg so. Krieg hier so. Ne, Fatscher Knopf. Shit, der ist jetzt natürlich schon weg. Oh. Ach, hinter mir ist da Schröber. Schröber, die sind bei mir. Ich weiß ja nicht, wohin ist. Na toll. Ach, du quatschst mir auch mal voll. Schon musst mich... Musst du mich da ecken machen? Wo bist du? Ich bin vorher laufen, weil die ist angreifen. Wie seht ihr die? Ich bin vorher laufen. Du hieß... Angreifen. Parteien. Und zwar meine Ehre. Wo sind wir? Verdammt. Nur ins Land. Geht zum Punkt angreifen und dann... Ja, gute Idee. Akasmus? Nein. Nie. Vor allem nicht da. Pass mich. Ich glaube, das ist scheiße zum Laufen. Boah, ich will doch nicht hier Befehle geben. Lass mir Ruhe, Befehl. Angranate. Zwischen uns, okay. Mit. Sieg irgendwas. Sieg irgendwas. Immer kurz... Ach. Mr. Weasel. Mal kurz. Genere, grad die Bewegung vor allem. Ganz wichtig. Du machst sie nämlich... Siehst du ganz schnell einen Kürzeren. Ach, da vorne. Ey, ich seh die nicht, ne? Das ist unglaublich, wie du die Wälder bist. Ich bin grad tot. G... 93. Ja, was ist das für ein Gewehr? Ich meine, ich meine. Ja. Kannst du auch nicht sagen. Ist ja auch nicht alles. Kannst du auch nicht sagen. Ich bin hier aus, kann ich nicht reißen. Oh nein. Sterbe ich durch Stacheldraht wahrscheinlich. Nein, doch nicht. Kann ich nicht. Weil... Müssen wir wahrscheinlich nur so kugelschübend schnick angucken. In die Licht. Nee. Elfer, Alter. Was? Ich brauche unbedingt die Informationen, wie man ihn ver... Na? Mörser bedient. Mann, ey. Wo ist denn der Punkt, den wir angreifen müssen jetzt hier? Wo ist denn der Punkt? Wo ist überhaupt der Punkt? Wo ist denn jetzt endlich hin? Wo ist denn der Punkt? Aber es ist der Punkt nicht. Links, da ist er. Ja, okay. Hast du ihn? Ist... Ich hab ihn gesehen, ja. Gilt. Naja. Ja, komm. Lassen wir es. Wir gewinnen einen Sprung. Ja? Alles gut. Das gibt mir jetzt wieder Mut. Bin ich direkt am Rennen. Nimm ich auch. Aber hier... Oh, da war jemand. Gilt mir sehen. Äh, schwierig. Da rennt schon wieder jemand. Das ist Mr. Weasel. Bisschen böser gewesen. Shit. Ich werde beschossen. Direkt haltet erkannt. Da waren schon wieder Schüsse. Überall Schüsse. Ui. Tod, 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 Tod den. Wieder ihn empfangen. Woher denn jetzt schon wieder? Also war ich schon mal besser? Ja? Okay. Gut, ich nicht. Von der Warte her. Alles gut. Alles wie ihr habt. Alles wie ihr habt, ja. Ich verlegt den. Ich hab einfach getötet. Im Prinzip Hauptziel dieser Mission. Einfach töten. Hier ist hier weiter. Shit. Gegenangriff einstellen. Oh nein, wir sind schon wieder zurückgefallen. Ey, Mensch, rüber. Wir sind einfach schlecht. Wollen wir uns nicht mal irgendein Spiel ausmachen, wo wir auch wirklich gut sind? Selbstmord. Selbstmord. Exekutiert. Das ist das Spiel, wo wir gut sind, oder? Wirst du mir jetzt erzählen? Mist. Ist so scheiße hier. Aber ich hab noch ihn mitgenommen. Ich hab wenigstens noch ihn mitgenommen. Das mag ich so an dir. Ja. Immer nochmal ihn mitnehmen. Oh, jetzt kriegen wir richtig auf den Sack, wach? Okay, häng hier rum. Lieg da hin. Wartet, wo voll da? Ah, ja, klar. Von rechts. Geht auf mich umgepasst. Wieso? Der trifft auch keinen Sau hier. Halt still, Mann. Du. Ja, gut. Glaub auch niemand hier drüber. Darf man nicht vergessen. Jetzt hier zum Punkt verteidigen, da wegbefalten, ganz aggressiv. Genau. Da wirst du dich rin setzen, da wirst du dein Ei legen und dann wirst du sagen, hier bin ich jetzt zu Hause. Hier bin ich und der Egerot ist auch hier. Dann steckst du, ich grad sagen, steckst du Zahn. Salzstangen rin. Zahn. Nee. Ich hab doch gerade schon wieder abgesetzt. Wie kann der mich so... Das ist denn deine Granate? Tod und Teufel, Zeigner. Tod und Teufel. Tod und Teufel. Komm. Ey, wir waren ja von hier hinten. Von hier hinten kommen sie jetzt hier. 9 zu 17. Toll. 9 zu 17, ey. Das gehen wir zählen. Huchbar, wo ist Fleischhörmer? Da ist Fleischhörmer. Komm. Links außen. Ja, rechts außen. Da ist er. Geradeaus. Ich seh ihn, ich seh ihn. Passt. Aber das hilft nicht. Oh, wir haben ihn beschossen von irgendwo. Wir haben ihn beschossen schon wieder. Als auch eine Drucksituation von mir aus. Ja. Die haben wir schon mal erholt. Die zum Beispiel. Die hat jemand mit uns. Das war doch schwierig. Die scheiße MG wieder hier hin. So. Komm, zeig dich. Hab dich gesehen. Da ist er tot. Da ist er endlich tot. Ja. Ich will's ja nicht wissen. Ich will's nicht wissen, wie man schon getötet hat. Was? Das ist ja auch so. Ich sag mal, das ist so wenig wichtig, sagen wir mal die Informationen. Ja, richtig. Der Fakt ist viel wichtiger. Was man wieder mal das Zeitliche gesegnet hat. Ich möchte ja übrigens, dass du jetzt mal hier. Meiste Zeit im Jenseits. Das ist eine schöne Sache. Och, mein Ego mal. Nein, natürlich nicht. Ich lauf raus und bin direkt tot. Ja. Ey, wirklich. Ich muss... Da müssen wir noch dran halten. Da müssen wir noch dran halten. Da muss man sich auch wirklich ruhig verhalten halt, ne? Ja, ja. Es ist wirklich... Die sind einfach nur... Die sind losgelaufen. Das bringt's einfach nicht. Nee, überhaupt gar nicht. Tatsächlich, ja. Hier wich ja seine Position hier einzeln vor und zurück und links und rechts. Weil Teilchen heißt ja eigentlich, die können hier nicht unten drin sein. Also kann ich mich ja hier hinten postieren mit meinem M-M-Jolie. Dann mach doch. Mit der M-Jolie. Nee, hier steht Kacke. Mit der M-Jolie. Hier. Mit Angelina. So, das sieht gut aus. Jetzt hat er einen schönen Überblick. Jetzt muss man nur mal hier... Da muss ich mein Häschen raustrauen. Alter. Na toll. Schlachtfall. Kacke. Leute. Leute, Leute, Leute. Leute, Leute, Leute. Komm schon, wir spielen nochmal eine kleine Runde. Na klar. Logisch. Nee, eins gegen eins. Nee, nicht eins gegen eins, sondern alle gegen alle. Wir machen jetzt mal das Spiel verlassen. Okay. Jetzt einfach mal. Ja. Das ist hier eine Viertelstunde. Ohne Statistik. Ohne Statistik. Ach so. Ja, nee. Du bist nirgends gut zu lesen. Gut. Und du? Nee, ich auch nicht. Doch hier immer. Längste Zeit in Niemandsland. Check, gleich. Ach, Quatsch. Kein Spaß. Kein Spaß. Ach, du liegst. Nein, wirklich nicht. Spiel verlassen. So. So, und jetzt mal. Jetzt hier Vermöbung. Hoppen. Deathmatch. Geh mal rauf. Vermöbung. Warte doch mal. Lass mich das mal laden. Ach so. Ja. Selbstständig. So. Spieler 0. Spieler 0. So, Spiel suchen. Gewähr der Deathmatch. Ja, 4. Du Monde? Ja, Du Monde nehmen wir jetzt. Ich spiele auf dieser Karte. Da sind, bei dir hast du auch 2 Monde, ne? 13 von 16, ne? 14 von 16. Na gut. Mach ich jetzt weg, oder was? Ich bin auf dem Weg. Ach so, das ist jetzt hier oben. Also die Karte ändert gerade weiter. Ja, genau. Halt. Sprech doch mal, ich spreche mal. Sprech doch mal noch den Satz. Halt. 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 Läuft bei uns. Geht doch kein Newton-Stern hier heute. Ja? Schießt ihr? Ja, ja, weiß ich. Ich habe mir Spaghetti gemacht zum Abendbrot. Super. Und? Halt. Da hast du immer eine Randinformation. Die Leute, weißt du? Wenn wir mal wissen wollten, was ist denn eigentlich der Fleisch immer? Spaghetti. So. Wo spielst du jetzt? Ähm. So, ich nehme erstmal hier einfach irgendwie, ne? M3, genau. Mit dem Clip und dann geht's los. Ich spiel auf jeden Fall... Ich spiel Zermürbung. Mann, spiel verlassen. Hast du auch Zermürbung gehen, Mann? Nee. Nee. Gewehr Deathmatch, dachte ich. Ja, macht Sinn, klar. Ich habe einfach das Falsche gewählt. Äh, auch doof. Ne? Nee. Du bist aber jetzt so drin, ne? Ja, ja. In... In DuMont bin ich drin. Gewehr Deathmatch. Mario Schrömer. Geht los. Direkt. Jetzt wird spannend. Entschuldigung, es dauert alles nicht so lange, ne? Jetzt mal einen Kaffee. Mist, Mist, Mist. Können wir nochmal dreißen? Ja klar, logisch. Wir können uns gegenseitig kaputt machen. Kaputt. Kaputt. So. Hier kannst du übrigens, äh, einfach mal für den Zuschauer, kann man sich die Waffen ein bisschen auswählen. Hier hat man nochmal Birks. Hier hat man hier den Stripclip. Und... Dann geht das in einer Sekunde los. Da sind wir doch schon drin. Vorschauer sind zwei. Mario Schröber. Ich seh hier drin nicht. Hä? Wieso seh ich dich nicht? Ich seh dich auch nicht. Wer ist denn bei dir noch drin? Bist du ja... Longshot. Longshot? Longshot or the head? Mann! Wo bist du drin? Ja, du bist. Ist schon... Astor... Ich bin schon wieder raus. Ich bin raus. Ich geh jetzt auch nochmal raus. Ich hab's alle gesehen, dass ich den gleichen Knopf drückt hab, aber da stand drauf Schröber. Yield. Wir verlassen. So. Okay. Ich bin jetzt raus. Wir suchen. Wir suchen. Wir suchen. Hier wäre ein Dashmatch. Jeder ging gegen ihn. Haben wir hier immer Dermont und immer Longshot or the head. Genau. Da konnte ich nicht. Ach, war 16 von 16. Dann lass mal den anderen nehmen hier. Was spielst du jetzt? Gewehr Deathmatch oder Zermürbung? Gewehr Deathmatch. Mhm. Und dann gibt's zweimal Dermont. Ja. 9 von 16. Genau. Da ist auch mit drin Nikita Jorvin. Genau. Alles klar. Spiel auf dieser Karte. Ich glaube, der hat mich nämlich einfach in der anderen Karte selber... Achso, ja. So wird sie gewesen sein. Guck's doch an. Guck's dir. Bitte einfach. Du kennst den Spruch, der Fehler sitzt vorm PC, ne? Bezeig mein Meister jeden Tag. Und? Wieso geht das bei mir nicht? Wieso geht das bei dir? Weißt du, der Fehler sitzt immer vorm PC. So. Bist du bereit? Verhoff'n Fresse? Longshot? Jetzt ist... Ohne Scheiß. Ich bin dabei. Warte, du. Du bist bei mir nicht drin. Seht ich auch nicht. Aber Nikita Jorvin, siehst du? Nein. Okay. Was soll mir das jetzt sagen? Kommst du zu mir? Noch jetzt... Mal kurz Platz 15, jetzt bin ich Platz 16. Wir verlassen. Mh, mhm. Okay. Er ist schon... Also, ich wurde jetzt unten gerne da... Mh, nee. Ist klar. Logisch. Du hast es gerade zwischen mir. Weil siehst du ja Zuschauer auch, Alter. Warum soll ich die in der Zuschauer... Ha! 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 Uh. Mist. Konnte der Lobby nicht beitreten. Lobby ist voll oder das Spiel wurde beendet. Siehst du? Seid. 16 von 16. Na, warte. Geht bestimmt bald ihn da runter. Bestimmt. Ja, klar. Gleich werden mehrere gehen, weil sie Rage schritten hier. Endlich haben wir Fleisch und mal mit jemandem holen. Lange schrömer nicht mitspielen. Mh. Also. Interessant. In den Rücken. Nicht fair. Jetzt. 16. Jetzt bin ich um den Weg. Erzähl den Film Der Stolz der Nation. Ja, den kenn ich. Ich kenne es bloß nicht mehr, wie er hieß hier. Daniel Brühl war das. Ja, ja. Daniel Brühl. Aber so, jetzt bin ich an derselben Map wie du. Sehr gut, hab ich da verstanden. Trau mich nicht raus, meine Zuschauer. Trau mich nicht. Habt ihr alle gesehen, wie sie hier rumeiern. Und rumcampen. Inklusive mich. Oh, ja. Oh, ja. Nein. Da liegt er. Links. Rechts, mein Nick. Schwierig. 5-1, Schrömer. Komm. Warte, wie? Warte, 5-1. Komm rin. Ich bin schon links da. Ach, der ist herrlich. Es ist herrlich, Junge. Oh, ja, komm zurück. Verklein. Ach so, da ist die Map. Oh, nee. Auch gesehen, ne? Scheiße. Da war Leck. Da war Leck bei. Hundertprozentig. Komm raus. Du bist dumm Single. Komm, komm, komm. Nee. Was ist rüber? Sarge ist rüber. 1-0. Na ja, geht doch. Langsam vorwärts, ne? Geht langsam vorwärts. Da hinten ist er. Da geht vielleicht auch. Wasser. Da steht schon wieder einer hier rum. Oh. Na, komm. Alter, wieso hat denn er zwei Schüsse? Hm? Oppeläufig, oder? Hier, die Lee-Anfield. Halt er auch. Da hat sich schon vorher nie nichts. Schrömer, bist du überhaupt noch da? Ja, ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin gerade konzentriert. Weil ich gerade konzentriert bin. Wenn ich dich suche, wo ich bin werde. Und dann nehme ich deine Waffe aus einem kalten, toten Helden. Argent, Juli. Also du bist jetzt wirklich ein bisschen konzentriert. Na, guck mal, du kämpfst aber ein bisschen. Sofort. Was? Nee, tut mir leid. Kampsch da. Was habe ich gemacht? Ich kämpfe. Nein, na ja, du hattest immer noch einen. Ja, richtig. Wenn ich überlebt habe. Mann, ey. Natürlich meine Position wieder 1a verraten hier. Oh, Mist. Da lag jeder genau vor mir. Mist, Mist. Sie tötet einen Strich. Siehst du was? Siehst du was? Siehst du was? Oh, so weit hinten. Ey, du spawnst und bist direkt tot, ne? Akju. Wo sind wir denn? Letz... Fast letzter, ne? Siehst du einen Schiss? Ist schon, ähm... Da ist er. Da, ach Mann. Ganz kurz hat er den Kopf rausgesteckt hier. Was denn? Ah, ist er. Na ja. So, jetzt bin ich auch mal zu hier. Immer nur ganz kurz. Zack, zack. Und trotzdem wieder tot. Ich schieße hier irgendwelche... Kranach. Komm. Ich hab sie vorher schon in ihr liegt. Bitte rennt er. Ja, ja. Hast du ihn, ja? Hast du ihn, ja? Ja, drüber. Kannst du immer nicht wollen. Ja, warten. Was ist los mit dir? Was sucht die erste Zeit? Ne, ist halt gut. Bin total konzentriert hier. Tod. Strich hat mir getötet. Ich hab gerade verersen, dass wir aufnehmen. Ja, so ist das. So ist das. Ich hab mir gerade ein bisschen konzentriert. Muted-Spiel. Ja. Er ist nicht. Er reicht genau das. Links neben mir lädt niemand nach. Boah. Und wo war er? Scheint eigentlich, dass man das im Nachhinein nicht noch mal sieht, ne? Ne, ich seh ihn nicht mal. Ich würde echt gerne mal sehen, wo die immer sind. Durch die Kuh durch. Da schießt du auf jemanden links von mir. Das ist gut zu wissen. Er hängt da. Nein! Hm. Richtig. Na? Ich komm nicht. Ich wechsel dich gerade auf. Ein bisschen. Ich hab den gerade. Und dann wirst du doch von links hier erholt, wisst du? Und noch weiter links. Ja, ja. Ja, ja. Neben mir ist jemand. Und noch weiter links war noch jemand. Ist dir zufällig Silverstar? Hä? Wie ist der zufällig Silverstar? Äh. Ich will den jetzt nicht mehr sagen. Ah, okay. Leute, habt ihr den zu sehen? Ich glaub nicht. Ohne ab. Das ist gut, okay. Ohne ab Wilson. Wo ist er eigentlich, Schrömer? Wo ist er eigentlich? Ey, Sergeant Rock, alter. Der verarscht mich gerade. Stand der genau neben mir. Ja. Und wollte wahrscheinlich noch irgendwas sagen oder so. Waffe, ey. Ja, äh. Melee-OV, ne? Melee-Attack. Mann. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, zu laufen oder sich ruhig zu verhalten, ne? Ja, wenn du zu lange stehen bleibst, kommt irgendwann jemand auf dich zu. Das ist gerade eh, das ist gerade in den komischen Tunnel gerannt. Das gibt's doch nicht. Überm Tunnel. Guck mal, habt ihr das gesehen, meine Damen und Herren? Nee. Das ist gut, wenn ihr das nicht gesehen habt. Normal. Da kommen wir direkt normal, weil es ist schon wieder hier. Ach, aber das geht nicht. Silvers hat mich geholt jetzt, ja. Ja, das ist ein Arsch. Fundiertet Wissen? Fundiertet Wissen. E-B-T schriftlich. Oh, shit. Mist. War Piston. Zock da nochmal kurz und das ist tot. Drei Sieben-Schrömer, du musst ein bisschen jetzt hier aber auch mal mitmachen, ne? Hatten die Kapolikern. Nutz nicht, wenn ich jetzt hier alleine spiele. Hier oben wird gebannert. Auf dem Kring ist was los, hier auf dem Kring. Schießen alle auch viel von dem komischen Beute, was ich meine. Ich weiß nicht mal von wo. Das ist ne Mauer. Was? Was? Oh, hier. Kriechen wir jetzt rin? Und wieder genau derselbe. Ich weiß nicht, woher der schießt. Das ist doch kacke. Ah. Guck mal hier. Naja, schade. Naja, schade. Strich. Haben alle Ehre. Oh, nicht schlecht. Erhört. Hast positiv. Hast positiv, ja. Kacke. Hast hier irgendwas? Ist, meine ich, schade. Da wirst du wohl jetzt ordentlich mit bei sein. Nee, nix. Nix geholt. Meine Damen und Herren, wir sind bei der 30 Minuten-Marke. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Jetzt auch zum Schluss mal auf die Fresse. Leider hat ich Schröbel nicht gekriegt. Schröbel mich nicht, was doch viel wichtiger ist. Okay. Lasst uns noch mal umdrehen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und in der übernächsten, unter Umständen, sind wir uns vielleicht schon wieder zu Seven Days. Aber, ne? Wir werden sehen. Nicht wie Minas, der jedes Wochenende-Stream ansetzt. Und dann doch kein Seven Days kommt. Herzlichen Dank für Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Rui. Tschüss.